Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt im Zentrum von Surin, wo heute das Elefantenfest stattfindet. Ist ein bisschen laut hier, ich hoffe, dass man mich hört. Ja, und das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Es geht jetzt gleich los, das ist schon losgegangen mit Tänzen und so. Gleich kommen dann auch die Elefanten. Oh, okay. Meine Ammonrat ist natürlich auch dabei. Die Elefanten ist auch irgendwo hier. Okay, und wir gehen jetzt mal schauen wir uns hier mal ins Zentrum an. Ja, Leute, man hört's, die Boxen sind ziemlich laut. Ich hoffe, dass man mich trotzdem hört. Wir warten jetzt alle auf die Elefanten, die jeden Augenblick reinkommen müssen. Also, das ist die Zentrum von Surin. Die beiden Elefanten stoßen. Zähne. Ja, dann haben wir den da. Ist ein bisschen schattig das Ganze. Wir gehen gegen die Sonne. Und heiß ist es auch, Leute. Okay, gehen wir ein bisschen hier und schauen uns den Namen hier an. In der Tracht so. Wow. Was für Schönheit, ne? Geht gegen die Sonne. Und man sieht, hier ist das Buffet schon vorbereitet für die Elefanten. Also hier fängt es an praktisch, ne? Ich weiß nicht, ob ich da näher ran darf. Schauen wir mal. Lauter leckere Sachen hier. Ist alles für die Elefanten vorbereitet. Und das zieht sich dann die ganze Straße hier entlang. Also das geht hier mal rund um den Platz. Und dann die Straße da entlang. Das ganze Buffet. Es ist sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, wie lang muss ich mal nachschauen. Aber bei so vielen Elefanten, die müssen sich alle zackfressen heute, ne? Also die Straße hier geht es dann lang. Also die Straße hier geht es dann lang. Das Buffet. Oh, 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 oh. Und dann steht. Was kein Baba. Und dann geht es, warum nicht? Vielen Dank. Es gibt viele Elefanten hier und es wird über 100 Elefanten hier sein. So bitte be aware. Ich bin wieder in den Kamm, die sind. Ich bin in den Kamm. Ich werde die Kamm über 160 Kilometer vorgehen. Ich werde die Kamm nach Kamm, die Kamm auf die Kamm. Dann haben wir auch einen Kamm, die Kamm auf den Kamm dargestellt. Wie sehen Sie? Ich habe einen Kamm. Wir würden den Önlich raus, Schacht? Wir sind aufgeklickt, da vorne noch. Wir sind rumge Beni unter den Önlich, und nun ήταν die Schacht. Wir werden den Önlich 두�, die Leute aus der Önlich rauszten. Dann wird der Schacht Rückkehr in den Önlich. Das ist die Schacht Röntgen. Die Schacht die Triämpfe! Wenn die Störle nicht nachdenken, dass die Schacht Röntgen berührt werden. Hier ist nochmal eine Bühne. So Leute, und jetzt gehen wir hier die Straße entlang, wo die Elefanten dann gleich kommen müssten. Oh, da kommen schon die ersten. Das ist natürlich erstmal Blasmusik und so. so so also so Ja, das sind auch schon die ersten Elefanten jetzt. Ja, die haben hier auch Wasser bereitgestellt für die Tiere. Ja, Leute, und das ist erst der Anfang der Kolonne. Es sind auch sehr viele, die da noch kommen. Ja, das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch schon. Kürbisch Ja Leute, und das hier ist ein weißer Elefant. Hört mal an, was für Stoßzähne der hat, der muss schon ziemlich alt sein. Sehr, sehr schönes Tier, ne? Wahnsinn! Wiearbeiten wir auch einfach mal das Wasser? Das ist ein kleines Tier der Hauptbahn. Kommt. Kommt, Kommt. Kommt. Kommt, kommst MON-P Paradies? Kommt. 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 Jede Menge Elefanten, alle passen sie da gar nicht ins Zentrum rein, die gehen dann gleich auf die Nebenstraße zum Buffet, aber ein paar lassen sie dann auch schon ins Zentrum da für Bilder machen, für die Touristen und so, also man sieht jetzt, jetzt kommt, wie groß die sind. Jetzt geht auch nur langsam vorwärts klar. Jetzt geht es weiter. Da kommen wir rein, da ganz nahe, ne? Wow, das sind schon mächtige Tiere, ne? Okay Leute, ich habe meine Frau verloren, die ist da vorne irgendwo, da gehe ich schon langsam zurück. Ich möchte dann auch das Video beenden, auch ein paar Bilder zu machen. Ja, die geben da Wasser auch für die Leute, die da an den Elefanten sitzen. Bei dieser prallen Sonne irgendwann haben die auch Durst. Oh, aufpassen, da ist da nicht geduscht worden. Oh, das ist fertig. Das ist doch schön. Oh, das ist das. Oh, ja, das ist doch schön. Oh, das ist toll. Es ist richtig heiß heute, Leute, und es ist erst 8 Uhr morgens, schätze ich mal, oder? Ja, kurz nach 8 Uhr. Wir haben auch noch ein paar Bekannte getroffen. Schatz, nicht mehr. Schatz, nicht mehr. Nicht mehr. Schatz, nicht mehr. Schatz, nicht mehr. Nicht mehr. Komm hier. Na krähe, ich denke, ich bin nicht mehr. Wir haben die Arme in den Köln für die Musik, um die Musik zu schätzen. Ja, das ist ein kleines Fahrzeug. Ich mache die Musik. Da sieht man, wie groß die Leute sind. Da sind die 1,980 m. Also schon riesige Führer. Schön. Es staut sich jetzt hier das ganze ein bisschen, weil es geht zum Platz, wo das ganze stattfindet. Ja Leute, und so geht es noch eine Zeit lang und jetzt schauen wir uns noch mal das Stand drunter an. So Leute, also man sieht es, jede Menge Elefanten hier und es kommen noch welche, das weiß man nicht alles, aber ich werde jetzt das Video hier mal beenden und vielleicht mache ich noch mal eins da im Zentrum, wo die ganzen Zeremonien dann stehen. Also, sehr schön, man muss es einfach gesehen haben und ja, dann sage ich jetzt mal Tschüss und vielleicht bis später, weil Matthias aus dem wunderschönen Thailand.